Dieses stolze Exemplar einer Paprika hat sich bei mir im Herbst auf dem Balkon selbst ausgesät. Auf der Fensterbank habe ich sie erfolgreich über den Winter gebracht und ich glaube hier kommen schon die ersten Knospen. Und damit die Pflanze im Garten später nicht alleine bleibt, mache ich mich jetzt an die Aussaat. So eine gute Vorbereitung ist schon die halbe Aussaat. Also zu radieren, um sie wieder frisch zu machen und dass sie wieder neu beschrieben werden können. Vom letzten Besuch bei meiner Schwester auf Hawaii rührt nicht nur diese Tasse hier, sondern auch noch Samen. Die sind natürlich schon, also ich glaube zehn Jahre alt. Ist mal ein Experiment, oder? Anlegen, auch Danach, oder? Also ein paar Seiten auf dem Café im Geigen, wo ihr haltet ein Barschluss am Tag und Ihr seid. Klaieren auf die Halle-ten-Aufung ist. So, если ihr euch nicht zuvall, müsst ihr euch und ihr seid. So,stion, jetzt Потому. So,stion, dann geht's es euch hier. So,stion, am Teich. So,stion, dann die du durchschule den Tools an. So,stion, dass ihr euch mal. Vielen Dank.